Ich denke, jeder von uns ist im Leben schon über diese Fragen gestolpert. Kriege ich was zu essen? Wann gibt's die nächste Toilettenpause? Wann sind wir da? Sie kommen einem zu den Ohren raus. Nun, zumindest auf die letzte Frage kann ich schon mal so eine Teilantwort geben. Wir sind fast da, denn das ist der Titel dieses Spielkapitels. Und damit willkommen zurück zu Let's Play UEFA Champions League 2004-2005. Beim letzten Mal haben wir dafür gesorgt, dass Crystal Palace zweiklassig wird und wir erstklassig bleiben. Und jetzt geht es weiter mit dem Betreff Real Madrid fürs Finale qualifizieren. Wir sind nur 90 Minuten davon entfernt, uns für das Champions League Finale zu qualifizieren. Nach dem, was die Mannschaft in dieser Saison durchgemacht hat, dürfen wir uns diese Gelegenheit nicht entgehen lassen. Ich vertraue darauf, dass es die Mannschaft nicht dazu kommen lassen wird. Boah, du Tagträumer. Werden wir endlich erwachsen. So, hab ich hier dran was verändert? Nö. Nö. Och komm, das lassen wir so. Und jetzt geht es auch ganz von vorne los. Nicht in der dritten Minute, sondern in der nullten Anstoß. Let's go. Können sich die Gäste in diesem Hexenkessel behaupten? Im Hinspiel hatten sie den Vorteil der eigenen Fans im Rücken. Da haben sie gewonnen. Wie wird das heute ausgehen? In 90 Minuten wissen wir es. Das Spiel ist angepfiffen. Hoffen wir auf unterhaltsame 90 Minuten. So, und dieses Mal nicht im Old Trafford, sondern im Estadio Santiago Benabio. Beides große Stadionnamen von großen Klubs. Und wenn das hier auch nur ähnlich spannend wird, wie das Himmelspiel, dann werde ich hier wieder einige nerven lassen. Ja, Wayne spielt wieder in die falsche Richtung und der ist aus. Aber auch hier hat Ibargaza mal wieder so einen leichten Vorteil. Auch er, genau wie gegen Barcelona, kennt er ja bereits die Herrschaften von Real Madrid. Auch Rüth schießt doch einfach gleich, weißte. Nicht ohne Grund drücke ich diese Taste extra schon früh. Boah! Und da wird echt noch geklärt, das ist ja nicht zu fassen. Ich muss mich einfach noch dran gewöhnen, dass ich hier mit Real Madrid einen richtigen Gegner habe. Und da hat Kassias den versteckten Magneten in seinen Hand schon ausgepackt. Ich denke, ihr alle habt gesehen, wie der Ball auf einmal wie von Zauberhand in seine Hand flog. Der Pass in den Strafraum der Gäste. Crespo! Da ist er drin! Aber das kann er auch nicht mehr verhindern, das Tor für Manchester United. Klasse Quote! Ein Schuss, ein Treffer. Sie werden mit Selbstvertrauen in dieses Spiel gehen, denn zuletzt haben sie ja einen Sieg verzeichnen können. Und genau wie der Horn ruft auch hier der kleine Block vom Manchester United-Fans. Rüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü waren. Noch nie musste ich hier eine Partie wiederholen, weil mir irgendwas überhaupt nicht in den Sinn gepasst hat. Oder weil ich ein Missionsziel oder ein Champions-League-Spiel komplett verpasst habe. Und das soll auch so bleiben. Crespo etwas zu überhastet im Abschluss. War wohl auch etwas überraschter, so viel Freiraum zu haben. Ja, und Giggs mit einem eröffnenden Pass der absoluten Deluxe-Klasse. Der Innenverteidiger hat noch ein Bein dazwischen bringen können. Rooney. Der muss reingehen. Super gehalten, das muss man sagen. Sehr gut gehalten. Aus dieser Position, da hätte der Ball eigentlich reingehen müssen. Ja, und Crespo benutzt wieder den rechten Fuß. Weiß der Teufel warum. Das ist der sogenannte Rechtsfuß-Teufel. Schlagt sich immer genau dann an, wenn man ihn nicht brauchen kann. Zinedine Zidane. Ja, Zinedine Zidane. Ich sehe, dass Zinedine Zidane am Ball war. In Sicherheit geköpft. Abwehr, formier dich. Angriff abgefangen vor dem eigenen Strafraum. So. Rüth van Nistelrooy. Im Mittelfeld nimmt er den Gerdinand. Och, aber Rüth kann irgendwie gar nicht mehr alleine. Zidane. Er hat eine erstaunliche Verwandlung durchgemacht. Vom Solo-Künstler zum absoluten Teamplayer. Das ist Rooney. Das finde ich schön für ihn. Aber manchmal vermisst man dann doch so ein bisschen diese Solo-Läufe von ihm. Das haben sich dafür irgendwie andere Leute angeeignet. Er holt sich den Ball. Da sind sie hinten wieder ganz im Ballbesitz. Jetzt Keen. Van Nistelrooy. Die Verteidigung kann sich sehen lassen. Owen. Aber von Real Madrid kommt noch nicht das Allermeiste. Das ist bisher nur Stückwerk. Bisher kontrollieren wir das Ganze doch recht sicher. Rüth van Nistelrooy. Verwandelt er. Oh, er kann den Ball nicht festhalten. Am Strafrommel. Ja, Rüth langer Ball. Okay. Er rettet mit einem Kopfball. Da haben sie den Ball wieder. Was das war, weiß ich nicht. Zehn Meter vor der Eckfahne. Und dieser Vorfall nochmal in der Wiederholung. Och, ja doch. War absatz. Und Roberto Carlos. Es gibt Einwurf. Aber es bleibt weiter dabei. Rooney. Weltklasse Dribbling. Wie macht er das bloß? Ein enges Spiel. Figo. Obwohl diesmal die Vorteile schon klar auf unserer Seite sind. Zinedine Zidane. Beckham. Er holt sich den Ball in der eigenen Hälfte. Van Nistelrooy. Oh, Van Nistelrooy. Das ist deine Chance. Nein. Und da habe ich eigentlich den Rüth gesehen. Aber irgendwie war da doch nicht der Rüth. Sondern der Samuel. Erst ein Tor gab es zu sehen. Mit 1 zu 0 gehen wir hier in die Halbzeit. Auch wenn sie dieses Spiel kontrolliert haben, werden sie zur Halbzeit sicherlich mit enttäuschten Gesichtern in der Kabine sitzen. Was? Warum? Tolle Leistung von den Verteidigern. Was haben wir denn gemacht? Das verstehe ich jetzt nicht so richtig. Den Baller kämpft. Jetzt sollte es schnell gehen. Habe den Rüdiger irgendwie verärgert? Das will ich jetzt mal nicht hoffen. Bei dem erwarteten langen Pass. Der kommt jetzt auch. Das würden wir überhaupt nicht wagen. Kommt jetzt die Flanke? Den Rüdiger zu verärgern. Ja, aber Rüd, wenn der Wayne schon winkt und ihn extra auch in die Gasse läuft, ausnahmsweise mal, dann wäre es doch nett, wenn du auch genau in diese Gasse spielen würdest und nicht völliger unverständlicherweise irgendwie in den Rücken, wo keine Sau steht. Rooney unentschieden mit jeweils einem Tor auf jeder Seite. Ja, und Real Madrid zeigt, auch Sie wissen, wie man einen Ball gefühlvoll unten einschiebt ins lange Eck, dass nicht nur ich das beherrsche, wovon ich auch nie ausgegangen bin. Also, beim besten Willen, da verstehe ich nicht, wo meine Abwehr gewesen ist. Weil eigentlich habe ich ja schon eine Vierer-Reihe und auf einmal ist der ein Typ völlig alleine und was? Oh, da ist der Netz! Das war brillant, wie Sie da regelrecht mit dem Ball das Spielfeld in Richtung des gegnerischen Tors geflogen sind. Ein super Tor, darauf kann er wirklich stolz sein. Das kann doch jetzt nicht wahr sein, oder? Dass mit diesem Doppelpack den Real Madrid erzielt, das hatte ich eigentlich nicht ernst gemeint. Also, auf Halbprofi gehe ich dann schon noch eigentlich von einem Sieg von mir aus. Und bei den Gelegenheiten, die ich hatte, war das eigentlich auch relativ deutlich jetzt. haben die echt einen Doppelpack erzielt? Wow, das Sitz! Jetzt brauchen wir Sieger-Mentalität, liebe Leute. Das ist, glaube ich, auch das erste Mal in diesem Let's Play, dass ich von einer Führung in einen Rückstand gerate, ohne dass mir das Spiel irgendeine Situation vorsetzt. auch das zeugt von der ungeheuren Klasse von Real Madrid. Und das ist jetzt auch für mich eine echt neue Situation. Das ist so, wie wenn der FC Bayern mal zwei Spiele in Folge nicht gewinnt. So ungefähr muss man sich das vorstellen. Ich meine, für die Spannung, für die neutralen Zuschauer ist das natürlich jetzt geil. Aua! Warum gibt das keine Karte? Und genau dann, wenn man es braucht, packt der Rankings ja aus. Und zweite Zeit, Luke und dritte. Vier Tore gerecht verteilt. Zwei zu zwei. Ach ja, klar. Ich lag hier hinten, ich war Gas. Natürlich fällt der Ausgleich. So. Endlich, mein zweites Freistoßtor. Und es hätte zu keinem besseren Zeitpunkt fallen können. Das war eine Situation, wo der Ball nicht unbedingt hätte reingehen müssen, finde ich. der Schiedsrichter pfeift abseits. Was? Ach, hör doch auf! Ey, deine Mutter ist abseits. Abseits von der Männerwelt. Und damit steht fest, es gibt keine Verlängerung. und das war für uns zumindest das goldene Tor. Jetzt gibt's ein Wurf. Denn Real Madrid muss jetzt zwei Tore erzielen, um hier noch weiterzukommen und wir alle wissen, dass das doch wirklich jetzt höchst unwahrscheinlich ist. Die zwei Tore schienen nicht völlig unmöglich für Real, die sind ja auch gefallen. Aber auf vier ist dann vielleicht doch ein bisschen vieles gut. dass der das immer gleich mit dem Übersteiger versuchen muss. Aber sie dann auch immer sehr optimistisch und wie er sich den Ball immer 20 Meter vorlegt. diesem Angriff entgegen. Gute Länge im Pass. Und Beckham. Der Ball gehört ihm. Ja, und Keket bleibt Beckham, nimmt sich heute auch mal eine Pause, von dem ist auch nicht viel zu sehen. Kann er ihn reinmachen? Tolle Aktion, da kam der Torwart noch an den Ball. Ecke. Und ich meine, außer diesen beiden Toren hat man von Real auch nicht wirklich viel gesehen. in diesem Spiel muss man auch mal so deutlich sagen, aber sie war nicht da. Diese Abwehr ist so schwer zu knacken bei so einer Vielzahl an Verteidigern. Beckham. Das ist Fußball. Michel Salgado. Elgera kommt. Vier Minuten müssen nachgespielt werden, wird hier signalisiert. Er rettet mit den Fingerspitzen, aber der Ball ist noch im Spiel. Und da fallen mir auch keine gescheiteren Worte an der Uah und Uah und Ah! Das sind dann einfach die Urlaute des männlichen Schreckens. Das bitte ich auch zu verzeihen. Aber ich finde, ich muss mich nicht in jeder Situation gescheit artikulieren. Das steht mir auch mal zu. Das ist Rooney. Und da ist auch noch der Siegtreffer als krönender Abschluss. Perfekt. Das war ein wichtiges Tor, Steffen. Der Trainer weiß es und er schaut auch ganz schön zufrieden. Ach, sehr gut. Rüdiger ist zufrieden, sehr gut zu wissen. Michel Salgado. Figo. Guter Doppelpass. Mit den Fingern. Jetzt kommt es drauf an und er macht das Tor. Oder auch nicht der Siegtreffer. Es kann auch noch 3-3 ausgehen, sicher. Wenn er weiter so schlecht spielt, dann könnte das für ihn das beilige Karriereende bedeuten. Und das war Fußball vom Feinsten. Das war Fußball der Königsklasse. Das waren schon echte Champions, die hier als Erste das Endspiel erreicht haben. Mit einem Sieg und einem Unentschieden ziehen sie verdient in das diesjährige Finale ein. Die besten Szenen aus dieser Partie sollten wir uns schon nochmal anschauen. Sehr schön. Das Spiel hat sich nur Highlights von Real Madrid rausgesucht. So will ich das sehen. Ja, was soll man sagen? Da habe ich auch echt lässig gespielt und auch sehr gepennt, muss ich sagen. Ich muss auch wirklich ehrlich zugeben, bei der Flanke, da habe ich schon in Gedanken etwas abgeschaltet. Und das wurde bitter bestraft mit einem 3 zu 3 Ausgleich. Was für ein Spiel würde ich sagen. Zum ersten Mal glaube ich, ja, zum ersten Mal kassiere ich selbst wirklich drei Tore. Aber es wurde eine Menge geboten. Das ist der positive Aspekt daraus. Ja. Nichtsdestotrotz, wir haben es geschafft, auch wenn es ein Unentschieden war. und jetzt geht es ins Menü zurück. Ach, der da hat wieder den gleichen Sinn. So, 8, 8, 7 und 8, 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 Und damit ist klar, AC Meiland gewinnt mit 3-1 gegen Deportivo. AC Meiland ist der Finalgegner. Ja. Bonus von 22.600 und weiter. Abschnitt 48, ein 6-Punkte-Spiel, 7. Mai 2005. Und noch ein Anrufer, schieß los. Ja, ich verstehe ja, dass der Sieg das Wichtigste ist, aber wo sind die Tore? Ich meine, es ist doch so langweilig geworden. Wo ist die Action? Es ist doch überhaupt keine Action mehr am deutschen Fußball. Für mein teures Eintrittsgeld möchte ich schon ein bisschen mehr geboten bekommen. Also im Moment finde ich es ziemlich langweilig, zum Fußballspiel zu gehen. Ja, und da hört ihr es, in der Bundesliga ist es stinklangweilig. Sie sind in der Champions League nicht mehr vertreten und in der Liga ist nichts los. Also ich finde, da sollten ein paar Leute vielleicht einfach mal nach England konvertieren, denn da geht mit den Red Devils immer die Post ab, das wissen wir ja und in der Champions League jetzt auch. Wir sind im Finale. Finale! Oho! Finale! Oho! Und beim nächsten Mal gibt es dann ein 6-Punkte-Spiel gegen weiß der Teufel wen, es wird's auch wurscht. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bleibt dran und bis zum nächsten Mal.